Hallihallischen Leute, da sind wir wieder am Start bei Kabal 2 oder Kabal 2 oder wie man das auch ausspricht, ich nenne es einfach Kabal und ja ich würde sagen ich glaube wir müssen jetzt hier ein paar Spinnen töten oh, das wirkt hier nicht ja, wir müssen ein paar Spinnen töten easy peasy hier ui, ist noch ein CD jetzt hat es aber alles versorgt bei mir na, was ist denn jetzt los? achso, cooldown ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen hier kommen drei Stück noch und das ist dann nicht bei ey, sag mal achso achso ok gut jetzt haben wir es okay unser ostrich also was würden wir nur ohne den machen war ich würde sagen wir bräuchten mal neues oberteil allgemein neue klamotten so würde ich echt begrüßen wir kriegen mal 10.000 kriegen wir hier ein neues oberteil level 6 kann man gleich anlegen das ding ich weiß echt nicht wie ich den skillen soll ich halte mich da so ein bisschen zurück sage ich mal ich werde dann im laufe der zeit einfach mal im internet gucken was da so vorgeschlagen wird weil ich will ja auch nichts falsch machen wow jetzt haben wir was blaut so priester alles klar okay jetzt müssen wir wieder auf eigentlich mal am besten handeln hier können wir nicht hinreisen ach hier können wir auch nicht hin wo sind wir denn das ist jetzt gerade mal meine frage hier war hier sind wir wir müssen hier hin also denke ich mal da wir hier nicht hinreisen können müssen wir hier hin ja gehen wir mal da hin jetzt können wir auch wieder hin laufen sieht man mal map mit m ja richtig 60k hp schon ich verstehe das nicht in dem spiel das ist mir so ein bisschen komisch aber dann soll es wohl so sein wie sollen wir hier magic attack so hoch das verstehe ich auch nicht magic hier alles ok dann brauchen wir hier ist nix physical attack sondern alles magic ich verstehe wo haben wir denn hier unser skill hier war das genau automatisch kriegen wir drei 30k hp dazu machen wir das einfach mal jetzt haben wir schon 70k das wird schon richtig sein ich meine da haben die sich ja bestimmt was bei gedacht wäre schon ein bisschen komisch wenn nicht da laufen wir so vor allem auto tech wird gleichzeitig als guck mal da wird 2000 schaden angezeigt ich check das nicht sagt doch dass es so besser geht so ach so haben wir schon hier und wo können wir trotzdem nicht hinreisen wir können hier einfach mal kurz alle die hier rumlaufen kann ja nur gut für uns sein hier haben wir übrigens ein buff bekommen hm hm Also unter Old Watch würde ich jetzt verstehen, eine alte Uhr. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Oh, das ist die Königin. Ja, sag ich ja. Alles klar, das ist schon mal gut. Na, was bist du denn für einer? Krieger? Ich kann den ja mal fragen. Guck mal, hier. Oh, was passiert denn jetzt hier? Und zwar... Whisper Shad würde mich... Ah, hier. Okay, okay, okay. Den machen wir raus. Dann... Oh. Haben wir hier extra... Was Neues jetzt. Und machen nur das rein. Und das nennen wir... Hä? Doch. Das nennen wir... Flüstern. Oh, Flüster. Naja, passt schon. Jetzt wollte ich den anschreiben hier. Ladorian. Huch. Das geht also nicht, dass ich jetzt hier... Ah, hier. Hier. Oh. Kurze fragen, von wo er kommt. Ey, hier ist es ja trotzdem. Kriege ich das bitte da wieder? Danke. Danke. Ich verstehe, hier ist alles drin. Ich verstehe, hier ist alles drin. Ich wette, der schreibt nicht zurück. Weil er das auch alles nicht sieht, wie ick er. Boah, guck mal hier, wie viel kommt. Heilige Scheiße. Dann habe ich jetzt erstmal ein Mittel gegen gefunden. Reden wir erstmal mit unserem Captain. Captain Toniker. Oh, jetzt dachte ich schon durch das... Dass er uns schreibt, aber... Falsch gedacht. Ich weiß jetzt gar nicht. Jetzt wollte ich mal was gucken. Ich muss mal Magic Attack beobachten. Beziehungsweise was hier hoch geht. Weil dann kann ich direkt darauf skillen. Und das ist schon mal super dann. Beim nächsten Level ab. Oh. Boah, das hält eine Stunde an. Cool. Sterben werden wir nicht. Der Buff ist eigentlich sinnlos. Mountstir komma. No? Hilfe. 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 Hilfe.